soll ich mal auf dich drauf fallen dann wirst du auch tot gewesen ok sprich was ist hier nein wie denn aber du hast gar nichts dazu gesagt ich hab die ganze Zeit in der Maschinen du siehst es doch ja ja aber ich bin ja weil ich abgeschossen worden bin mit der Melon oder so konfirmt deswegen du bist weder noch konfirmt ich wurde mit der Melon abgeschossen ja das ist aber gelogen ich hab unter dir das TNT fast kaputt ja wow das wusste ich ja nicht ja unnormal ja warte was war's? ok hä? bitch und Maxi bist es auch der dumme Hure komm her ich bin es nicht jo Maxi bist auch ich bin es echt nicht du musst es sein bleibst du ja alter alter du hast mich auch gerade angeschossen und was dann alter warum schuss? ups das war gut dennis scheiße sorry das ist gut zu wissen dass du leicht beeinflussbar bist nein ich hab ich weiß schon ich hab hä aber wieso geht hier dann die Tür auf? oh god das ist der Nachteil wenn man die Maps nicht kennt oh god das ist der Nachteil wenn man die Maps nicht kennt ah du hast mir geholfen wenigstens ein Radar zu holen das ist gut ach du bitch komm du bitch wo bist du kleine Hure ja battle auf die Gruppe wuuu fuck er hat halt einfach mal mit der Cormacay den Fen bock 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 ah der Skill is real äh Daniel was hast du mir erst gegeben weil alles so weit und so hm hast du mir jetzt Gesicht getisst von hinten? haha aufs Ohr ich wollte dir eigentlich du standest an der ja was mach ich denn jetzt? hm hab ich einfach gedacht ja ich schieße mich an vor allem wie Daniel einfach zweimal porten wollte und zweimal einfach mich geportet hat haha ach Daniel übrigens ich war ähm der Twitterraum war auf ich bin da reingelaufen und bin dann halt wieder rausgegangen ja eben deswegen dachte ich sorry ja kannst du ja nicht wissen ich möchte dass Dennis sich bitte umbenennt in ESL Gaming ich bin hier oh ja dann geh doch dahint hat dich doch keiner dran oder? das ja das ja das ja so weit und selbst muss ja hallo wo kommst du her? ich war draußen war im Walde haha die war bitte weg ja ich weiß nicht ob Nicolas noch lebt ok und wenn er noch wenn er nicht mehr lebt dann bist du der andere Traitor was ist das für ne Leiche warum ist die nicht confirmed? ich weiß nicht ich weiß nicht am Arsch alter du wusstest ich weiß echt nicht danke für den Mellon Launch hoffentlich ist da nochmal drin oh 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 Daniel wo bist du? oh 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 hinter dir oh boah sie ist so krass am Längen ja das ja microphone activated oh schaße die M16 ja so abkundig ja jo ich dich auch haha alle Nicolas töten hallo Dustin ok warum wo ist du denn? weil der Schock wow haha Dustin haha haha nein verstehe also ich weißt du mit der M16 bin ich gefährlich also das ist das denn was das denn ist es? das denn nein ich muss nicht nein ich muss nicht nein haha mann hier gibt es einfach keine verfickte Shotgun das nervt gerade auch hart doch die habe ich gerade weggeschossen die liegt hier aber noch der Doktor shoppt mhm 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 das ist immer noch eine Shotgun das ist immer noch eine Shotgun das ist immer noch eine Shotgun das ist ja übelst below wenn du das jetzt du bitch du bitch das ist ja übelst laut du bist ja übelst abscham haha aber Hauptsache eben angefangen in ne Melonenmine rein zu porten ja wow das ist ja noch okay aber dreimal das ist auch drecken safe tot ja aber du kannst die Melonen nur einmal planten du hättest das dreimal machen können doch auch ne man kann die öfters planten nein einmal dann explodiert die ja dann kaufst du einfach ne neue du Hans kannst du nicht na klar kann man das nein ja und was wetten wir ja keine ahnung ja also was kannst du bieten sein Körper Kock alter hahaha ja okay dann hätten wir mal einen Einsatz hier wurde direkt jemand getötet am Untergrund Läu ich seh nix ich glaub Daniel ist es diese Runde der ist es immer ja der ist der ist so oft der ist nämlich jetzt salty wegen meiner Aktion jetzt ist er nämlich Traitor und jetzt äh oh Leute sorry Dennis bist du behindert? sorry 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 das wollte ich nicht das wollte ich echt nicht ich hab hahaha ich glaub die ganze Zeit vor dem Fenster hin und her und der hängt einfach nicht mit das ist ui dieses wusste das Daniel kleine salty hole pfff und was war dann? habt ihr denn nun gebracht? ja voll die Hinrichtung alter oh er war Traitor ich bin safe ey wenn du mit Nico Traitor bist hast du echt die Arschkarte gezogen ja das stimmt echt und ich predigte den nix auf den die Waffe zeigt das ist wer ist das? wer ist das? ah Dennis ist hit Dennis ist Traitor hast du jetzt grad gesagt äh äh das ist immer noch am rumlenken also? ne warum bin ich denn schon wieder so kurz am rumlenken maaa Dennis ich schieße nur den Fuß damit mir dich dann später leichter fühlen kann ich geb den gleich hahaha keine Ahnung ah anscheinend war es doch nicht ich habe mir was gefühlt Daniel ist es wow da ist Nico ich hab aller Nico weg wuhu weiß schon dass er jetzt innocent ist nur sind nebenbei ja und? was war denn? weiß ich nicht was? er ist AFK ich machs ja hör auf ich machs hör auf hör auf aber er spielt eh keine Rolle weil er eh AFK ist du Bauer ja und? ok shit